Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch. Ich glaube, ich habe den ersten gesuchten Yo-Kai gefunden, aber mir ist noch was anderes aufgefallen. Und zwar schlägt hier das Yo-Kai-Radar aus. Und ich denke, es hat was mit diesem Power Ranger zu tun, den ich schon mal angesprochen habe. Soll ich ihn ansprechen? Äh! Habt ihr das gesehen? Verarsch mich nicht! Tatsächlich, da ist was. Verarsch mich nicht, du Vieh! Was bist du? Leodrio! Okay. Sag was. Ah ja, Bingo! Sehe, sehe! Hier kommt der mysteriöse Krieger! Yoda! Hm, Yoda, ist klar. Sag mir nicht, dass du mich sehen kannst! Wie peinlich! Erzähl das niemandem, in Ordnung! Ärmel hoch! Okay, ja, ich lasse dich in Ruhe. Ähm, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich hatte die richtige Stelle gefunden. Äh, nee, hier nicht. Hier nicht, verdammt! Dann halt die nächste. Müsste das hier gewesen sein. Oder? Ja, Gasse zur Ladenpassage. Hier bin ich richtig. Finden hier vielleicht noch was? Ah, da leuchtet auf jeden Fall was. Getrocknete Makryle? Nehme ich. Da bei den Porno-Heftern ist nochmal ein 10-Cent-Kaugummi. Und dann gibt es hier nichts mehr. Alles klar. Hm, ganz viele Yokais. Was zur Hölle bist du? Was zur Hölle bist du? Pupsi! Pupsi! Und ein Schlaber. So eins müssen wir doch finden, oder? Okay, Ultiseel. Lass die Viecher erstmal pennen, Baku. Denke das nie verkehrt. Äh, irgendjemand hat Ninsicado gerade ultra viel Damage gemacht. Was soll denn der Scheiß? Los, Baku. Leg sie schlafen! Dann greifst du hier an, mein lieber Chibanyan. Die Ultiseel von Ninsicado ist ja nicht mehr zum Angreifen da. Sondern, was macht die nochmal? Ich glaube, erhöht die Geschwindigkeit aller Teilnehmer. Irgendwie so. So, gut. Reicht. Reicht. Würde sich jemand anschliessen? Boah, wir haben über 400 Euro. Nicht schlecht. Will sich jemand anschliessen? Ach, tatsächlich. Ein Pupsi will sich mir anschli- Och. Och, muss ich zu diesem Vieh wirklich noch was sagen? Lass uns, Pups. Ups, tut mir leid. Ja, meinetwegen. Pupsi! Pupsi! Geh weg! Geh weg! Auch das Vieh hasse ich, ganz im Ernst. Das ist, das ist, das ist, das ist ein Arsch. Ja, und das ist jetzt nicht mal eine Beleidigung. Ich meine, das ist ein Arsch ohne Ohren. Und das auf dem Hals. Ich meine... Oh, hier ist wieder Kanalisation. Waren wir hier schon mal, oder ist das neu? Das ist jetzt die Frage. Was? Hier ist wieder was. Hier war was. Da. Ne, wo? Da. Was ist das? Was bist du? Zapfi. Zapfi. Ja. Gut, ich meine... Warum nicht, ne? Uhudini, zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Geist. Dreimal ein Zapfi. Okay. Verwirrt hat's. Bäm. Oh, Uhudini. Wahnsinn. Wahnsinn. So, da waren drei Tropfis. Will eines mitkommen? Äh, nicht Tropfi. Zapfi. Tatsache. Yes. Zapfi nähert sich dir. Wenn du Wassereis magst, sollten wir unbedingt Freunde werden. Ja, ich mag Wassereis. Zapfi. Zapfi. Ja, wir bekommen immerhin neue Freunde zusammen. Und das ist eigentlich nicht verkehrt. Würde ich sagen. Wunderbar, wunderbar. Irgendwie schließen sich mir oft Jokas an, ohne dass ich denen was zu essen gebe. Das ist eben nicht fantastisch. Äh. Was zur Hölle bist du? Was bist du? Ich hab dich noch nie gesehen. Ich greif dich mal an. Lungerhai. Holy shit. Okay, das machen wir so. Ultiseal. Von ihm hier. Damit alle KPs immer wieder ein bisschen geheilt werden. Was heißt alle? Von ihm, von Bark und von, äh, Tristine. Das ist nie verkehrt. Ulfnudel. So. Und dann noch Tristine. Ja, sie stellt sich echt besser an, als ich am Anfang erwartet habe. Los. Attacke. Übel Aussichten. Das reicht noch nicht. Äh. Hört auf, Tristine anzugreifen. Finde ich jetzt nicht so cool. Ah, wir haben wieder einen Speed-Bonus. Ah, komm. Weißt du was, Baku? Mach du deine Ultiseal auch. Weil die scheinen stark zu sein, irgendwie. Ich hätte ihm was zu essen geben sollen, dem Gegner. Scheiße. Aber wie gesagt, sowas habe ich nicht. Daneben. Ja, super. Komm schon, macht sie alle. Ich kann ihm jetzt noch was zu essen geben. Ich glaube, ich mache das auch. Und zwar gebe ich ihm so eine getrocknete Makrele. Das Ding mag bestimmt Fleisch, oder? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja, und ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wer jetzt was als Lieblingsessen hat. Ist ein bisschen doof. Könnt ihr mal bitte die Viecher erledigen? Würdet ihr bitte... Die Viecher halten... Wow. Wechseln. Die Viecher halten verdammt viel aus. Seht euch das an. Ja, wir sehen jetzt ein bisschen zu. So, du bist weg. Naja. Wechseln. Unbedingt wechseln. Nicht, dass jemand drauf geht. So, besälen. Ging daneben. Du... Uh, Dini. Shit, verdammt. Na also. Dieser Kampf war schwer. Dieser Kampf war echt schwer. Gibt auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Okay. Nehm dir gerne an. Also, das war jetzt echt ein bisschen brutal. Okay, will sich niemand anschließen. Ah, Kiste. Helfershelfer Nummer 7. Was ist los? Äh, ich komme da nicht durch. Ja, die Sonne scheint mir direkt in den Bildschirm und das ist meistens nicht so toll. Ah, noch eine Kiste. Die habe ich gar nicht gesehen. Volt Extreme. What? Oh, hier ist noch was. So ein Hebel hat mir schon mal umgelegt. Ja, Lampe Nummer 2. Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist und was mir das bringt, ehrlich gesagt. So, ich muss jetzt aufpassen. Ich darf keinem Yokai mehr in die Quere kommen. Ich habe sie geöffnet. Okay, weißt du was? Wir gehen weiter. An euch vorbei. Noch eine Kiste und Sackgasse. Genau so wollte ich das sehen. Grüne Münze. Super. Ja, der Punkt ist jetzt. Ich will nicht gegen das Vieh kämpfen. Wenn es mich doch angegriffen hätte, dann hätte ich den halt wohl oder übel. Ähm, sagt es mir. So ein Fluchthelferlein eingesetzt. So, mein Problem ist jetzt aber, wir sind ziemlich, ziemlich aufgeschmissen. Und ich denke, wir sollten uns zuerst teilen, bevor ich hier irgendwas mache. Hm, aber dafür muss ich wieder zuerst so einen Augengeist finden. Und ich sehe gerade keinen. Da drüben. Ja, okay, so weit. Hier war gerade ein Yokai in der Nähe. Ein C-Rang Yokai. Werden wir uns gleich ansehen. Hier auch. Okay, okay, okay. Aber erstmal hier heilen. Hallo Auge. Ich mag dich. So, aufgefüllt. Und reicht auch schon. Danke. So, wo waren jetzt diese C-Rang Yokais? Hier irgendwo war einer? Zumindest vorhin. Jetzt ist da keiner mehr. Doch. Nein, 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 nicht da reinfahren. Hier war einer. Möchte sehen, was es ist. Nee. An der Straßenseite. Aber wo? Wo? Stimmt hier? Hm? Es muss hinter dem Zaun sein. Ah, ich komme sogar da lang. Aha. Hier ist es was. Hier ist was. Mal sehen. Ist es was cooles? Da. Was bist du? Was bist du? Du bist eine Art... Wo bist du jetzt? Du bist schnell. Du bist verdammt schnell. Nee, bleib jetzt hier. Hier bleiben. Komm. Komm, nur noch ein Stück. Yes. Du siehst aus wie Jamsl. Schlabert. Eine Art Jamsl, ja. Cool. Okay. Warum nicht? Drei von euch. Ähm. Ich gebe ihm was zu essen. Ich gebe ihm sowas. So. Und Barco, du beginnst mal wieder. Weil, ne? Schlafgegner sind ziemlich cool. Was? Meine Zeichnung hat nicht funktioniert. War nicht so cool. Los jetzt. Greif an. Warum ist ein Vieh schon tot? Das mittlere ist schon weg. Oder wo ist es hin? Ich weiss es nicht. Okay, los. Mach sie platt. Alter, ist was für mich. Yes. Komm, die Viecher können gar nichts. Sehr gut gemacht, Ninzikado. So. Yeah. Super. Gut, 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 gut. Okay, wollte ich mir nur ansehen. Gibt es hier vielleicht noch eine Kiste oder so? Äh, scheinbar nicht. Ich war doch da. Ich wusste es. Senfblattreißball. Okay, ein bisschen Heilung ist nie verkehrt. Ist echt nie verkehrt. Aber wir wollen jetzt, wie gesagt, zu diesem gesuchten Yokai und ihm, ups, sorry, Auto, und ihm aufs Maul hauen. Wo ist der Eingang? Da. So, und dann hier lang. Ich hoffe, wir stehen nicht zu viele Yokai im Weg rum. Äh. Da. Äh. Runenamulett. Jetzt ganz schnell da rüber. Glaube. Oh, diese verkackten Pupsis. Ich hasse euch. Äh, wir machen das so. Ja. Holt die Seele von dir hier. Los, Trissine. Bams. Mach die Viecher platt. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Los, Trübe Aussichten. Eins ist kaputt. Nur eins ist kaputt. Labilotte fühlt sich nicht so gut. Macht aber nichts. Ah, daneben. Ha. Nicht besiehnt. 61 Schaden. Labilotte, du bist echt super. Was bist du eigentlich? Eine Vase? Oder, oder, oder. Ich weiß doch auch nicht. Piotze habe ich bekommen. Irgendwas zu essen. So. Dich suchen wir hier. Wer seid ihr? Seid ihr hier? Um euch über meine Schlapprigkeit lustig zu machen. Ich mache euch auch schlapprig. Fände ich jetzt nicht so gut. Okay, 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 okay. Ähm, ja. Uhudini. Ich würde sagen, dein Typ ist gefragt. Dein Verwirrtanz ist jetzt ziemlich, ziemlich praktisch. Äh, Labilotte. Finde ich jetzt nicht so cool. Verwirrtanz! Und wir versuchen, dass Labilotte noch zu seinem Ultiseelangriff kommt. Es wäre knapp, es wäre knapp. Wobei, seine Jams ist schon weg. Ruhlknudel. So, und immer wieder ein bisschen Heilung. Das ist gut. Jetzt solltet ihr das aber alleine hinkriegen, oder? Ich denke ja. Uhudini hat jetzt schon einiges an Schaden gemacht. Deswegen, kein Problem. Na los, greift an! Super, Uhudini, klasse! Und Christine, du warst auch klasse. Ihr wart alle klasse. So, das war dann das Vieh Nummer 1. Und ein kleines bisschen Erfahrungspunkte. Ein Riesenreißcrack und der kleine Fiesling wieder erhalten. Okay. Meinetwegen. Ähm, nun gut. Shit, shit, shit. Da komme ich raus, da komme ich raus! Deswegen gehe ich da raus. So, als nächstes... Wo komme ich da hin? Das ist eine Leiter, aber ich komme da nicht hin. Was ist das für ein Laden? Vielleicht öffnet es später. Aha, du hast sie geöffnet. Ah, cool. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage. Die Frage ist jetzt, wohin ich als nächstes soll. Ich gehe mich auf jeden Fall mal kurz heilen, weil das nie schaden kann. Und wenn ich so auf die Zeit blicke, der Part ist eh gleich wieder zu Ende. Obwohl wir mal wieder überhaupt oder fast gar nichts erreicht haben. Hier irgendwo ist noch ein Deokai. Sehen wir uns an, was das ist. Bestimmt ist und möchte gern Elektro-Kackvieh. Ja, wie ist es? Ich weiß nicht, ob wir bereits so eines haben oder nicht. Bin ich mir jetzt echt unschlüssig. Wir killen es mal. Ja, Spanzl, genau. Wir besiegen es mal. So. So, mit diesem Team hier. Erstmal Chipanian. Zack. Zack. Und zack. Attacke. Wow, Udini. Vorsicht. Udini, zurückziehen. So, wunderbar. So, Udini zurückgezogen. Und, ah, das war es schon. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Kein Problem. So, wunderbar. Leveler für Udini und eine Y-Cola erhalten. So, wieder ein bisschen Erfahrungspunkte gekriegt. Und nun heilen. Und mit diesem Bild werde ich sagen, Leute, das war es für heute mit Yo-Kai Watch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.